Ich lerne Deutsch. Nummer 8911 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Weihnachten ist eine Zeit des Feierns. Menschen teilen Liebe und Freude. Weihnachten ist eine Zeit des Feierns. Menschen teilen Liebe und Freude. Die Rezepte für meine Kuchen finde ich im Internet und in Büchern aus der Bibliothek. Hast du genug Brennholz für den Winter? Hast du genug Brennholz für den Winter? Hast du genug Brennholz für den Winter? Diese Einstellung ist wichtig für die genaue Justierung des Werkstücks. Diese Einstellung ist wichtig für die genaue Justierung des Werkstücks. Ich habe im Büro ein rotes Smartphone gefunden. Gehört es einem von euch? Ich habe vergessen, meinen Sohn vom Kindergarten abzuholen. Ich habe vergessen, meinen Sohn vom Kindergarten abzuholen. Der Techniker prüft die Spannung mit einem Multimeter. Es fließt kein Strom. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte die Spannung. Vielen Dank.